Oh Gott! Ja! Ja! Jetzt aber, jetzt aber! Auf die Plätze, fertig, los! Rüstung anziehen! Diesmal hier an jedem Mal. Leute, zieht eure Rüstung an, das wäre nicht schlecht. Wir haben nur ein Leben. Die Leute spreaden sich hier. Ich gehe mal in Zootopia rein hier. Let's go, Leute, Richtung Zootopia. Ist hier jemand? Ich weiß es nicht. Wir haben Spectral Arrows und wir haben Poison Arrows. Und das kann tatsächlich ziemlich böse sein. Jetzt versuchen wir es mal mit den Spectral Arrows. Und da fliegt schon jemand. Okay, einen Moment, Leute, ich schieße mal da rein. Zack. Und ich habe jemanden getroffen. Ich sehe den hier durch. Alles klar, Leute. Das ist Thomas, den ich hier durchsehe. Das ist Thomas. Der ist für mich hier alles und überall. Okay, er geht auf mich. Das kann er doch nicht machen. Das kannst du nicht bringen, Thomas. Du, Alter, Verräter. Oh, Max ist tot. Er hat das letzte Mal gewonnen. Diesmal als erster ausgeschieden. Ich habe auch einen Kill. Ich habe Fuchs getötet. Ach, der Arme. Das tut mir leid für dich. Das tut mir leid für dich, Mate. Aber es tut mir leid für das Spiel. Rest in Peace, mein Lieber. Rest in Peperoni. So, kommen wir hier easy peasy hoch? Äh, nee. Ich bekomme hier von hinten Dritte. Kosta. Kosta, fast gar nichts, Alter. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Wie sollen wir jemanden rausbekommen? So, Kosta. Jetzt war es das für dich. Jetzt war es das für dich. Es war es für ihn. Das war es für ihn. Er ist tot, oder? Pumis Zaun. Nein, der Arme. Okay, Paulipan hat Pumi erledigt. Kosta und Paulipan und ich leben hier auch nur noch. Leute, Top 3. Ein Kill hier ab dem Stadt. Nicht schlecht. Oh mein Gott. Jetzt hole ich ihn. Diesmal wird das mein Game, Leute. Okay, Kosta ist wieder da, Leute. Kosta ist wieder da. Oh, hier ist er komplett aufgesprengt. Ich muss aufpassen. Paulipan, Kosta. Zack. Alter, was machen wir hier, Leute? So, perfekt. Direkt wieder reingepillt. Jetzt. Er ist ein Fisch. Aber es war knapp. Es war knapp, Leute. Ich muss mich eigentlich an Paulipan rechnen. Aber eigentlich habe ich mit ihm den Pazifismus praktizieren wollen. Wird aber nichts, Leute. Wird aber nichts hier. Pazifismus ist out. Scheiße. Okay. Wir gehen hier beide in meine Richtung gerade. So, perfekt. Direkt wieder drin. Oh mein Gott. War das ein Interpellenwurf, Leute. Das muss ich mal sagen. Respekt an mich an dieser Stelle. Und dann sind wir direkt wieder drin. Und hauen da wieder rein, Leute. Wir sneaken immer auch kurz ein bisschen. Oh, man kann durch Franken hier nicht durchschlagen. Oh mein Gott, Leute. Ich lebe immer noch. Alles easy. Alles gut, Leute. Das letzte Mal, wo ich das gesagt habe, bin ich kurz darauf gestorben. Aber diesmal passiert mir das nicht, Leute. Moin. Wir wieder da. Was geht? Hau rein. Und jetzt wird er ab durch die Creeper abgelenkt. Oh mein Gott. Bekommt hier gut noch weg, weg. Reicht immer noch nicht. So, wir stellen uns mal hier hinter. Hauen den wieder zu ihm nach hinten. Jetzt bekommt er hier alles ab, oder? Jetzt bekommt er hier alles ab. Sweet. Hat er sich auch gegönnt mal eben. Und Costa kommt jetzt auch hier direkt vielleicht wieder dazu. Das ist nicht so cool jetzt. Das ist nicht so cool. Das habe ich nicht gern. Oh mein Gott. Leif. Er wirft echt gut Enterprise. Das macht er echt gut. Leute. So. Swiftness ist jetzt bei mir auch drin. Oh. Der Creeper hat mich über ihn gesprengt. Ich bin direkt wieder hinter ihm. Hau ihm nochmal voll in die Fresse. Und da ist Costa direkt wieder. Da ist direkt wieder Costa. Ah, das kostet einfach gar nichts. Oh mein Gott. Da habe ich mich fast gerade runtergeschlagen, Leute. Da habe ich mich gerade fast runtergeschlagen. Das war ja dumm. Macht nichts, Leute. Alles noch gut. So, das ist ein dummer Kampf hier gerade. Sein Helm ist einfach down. So, nochmal schnell einen Fisch rein. So, dann können wir hier aber auch easy peasy drüber springen. Nochmal kurz ein bisschen rein sneaken. Jetzt sollte mein Helm wahrscheinlich auch down sein, Leute. Oh, come on, Alter. Was ist das denn? Jetzt sind seine Schuhe weg. Oh, schafft das oder schafft das nicht? Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Er war richtig gut. Aber er macht es auch echt gut. Er wirft gut hinterperren. Und die war leider vorbei. Aber da hat er es trotzdem nochmal geschafft. Echt nicht schlecht, Mann. Das geht hier richtig ab, Leute. Das geht hier richtig ab. Hier unter mir steht der Paulipan. Der wartet da einfach. Und Costa ist jetzt noch weiter unten, oder? Ich glaube, der hat sich erst weiter unten nochmal gesaved. Ach, Leute. Was ein Epic-Fight. So, Pauli. Jetzt geht es mit uns hier zu Ende. Aber Costa kommt jetzt hier auch, glaube ich, noch rein. Oh mein Gott. Jetzt geht es hier. Oh, der tut mein Fight. Oh mein Gott. Er überlebt es nochmal, oder? Er ist. Alles klar, Leute. Alles klar. Oh mein Gott. Ich bin die ganze Zeit hier am Fighten, Leute. Die ganze Zeit bin ich hier am Fighten. Jetzt will ich aber hier wieder rauskommen. Meine Schuhe sind kaputt, Leute. Und die Leute im Chat hier feuern mich an, Leute. Nice. Auf jeden Fall. Sehr krasse Sache. Richtig lustig. Und wir haben auch noch unseren Goldapfel, Leute. Wir haben auch noch unseren Goldapfel. Bei mir ist jetzt alles bis auf die Jazzplate kaputt. Auch jetzt sogar die Hose. Oh Gott. Ja. Ja. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt müssen sie tot sein, oder? Paulipan ist nicht tot. Torster ist tot. Bei mir lebt auch nur noch die Jazzplate, Leute. Oh mein fucking Gott. Was ist das, Leute? Was ist das? Und flieg. Bitte. Ja. Ist er weg? Ist er weg? Er hat es wieder geschafft, oder? Er ist wieder direkt hier drin. Oh mein Gott. Das macht er wirklich super gut. Wir haben auch nicht mehr viele Enderperlen. Nur noch sieben Stück. Da sollte man jetzt auch mal ein bisschen bewusster damit umgehen. Aber ich werde jetzt nicht nach da unten gehen. Wenn der so einen großen Rüstungsvorteil hat, Leute. Das ist natürlich nicht gut. Das wäre jetzt nicht schlau von mir. Da unten sieht man ihn. Ja. Ja. Aber wie komme ich da runter, ohne dass ich jetzt hier auch den gefährlichen Weg nehmen muss? Ich glaube, hier kann ich einfach reinschießen. Ah, Digi. Ah, Digi. Was ist los mit mir? Was ist los hier? So, kommt er hoch? Ich weiß es nicht. Da müsste er auf jeden Fall langsam hochkommen. Das ist halt echt hier gerade so ein Camper-Duell. Ich trau mich aber was. Oh nein. Er tötet mich im Bogen. Nein. 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 Oh, die Enderperlen werfen zu langsam. Shit. Was habe ich noch verloren? Schade. Auf jeden Fall, Digi. Das war sehr, sehr dumm von mir. Am Schluss habe ich einfach viel zu viel Damage bekommen und konnte nichts mehr machen. Nice. Auf jeden Fall. Trotzdem war es ein schönes PvP-Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.